Moin und herzlich willkommen hier zu einem Guide der etwas anderen Art. Diesmal gucken wir uns keine Operation an, sondern eine Klasse. Ihr seht schon, wir haben den Scharfschützen hier gerade offen. Unter meinem letzten Video wurde mich gefragt, ob ich mal zum Treffs-Scharfschützen bzw. zum republikanischen Pendant, dem Revolverhelden, ein Rotationsguide machen könnte. Da habe ich mir gedacht, ja, Rotation alleine, aber das bringt es ja nicht. Deswegen machen wir einfach rundum alles, was wir brauchen zum Scharfschützen in der Treffsicherheitsskillung. Treffsicherheit, wir bekommen vier Skills, Fähigkeiten. Einmal den Hinterhalt mit Stufe 10, durchdringende Schüsse mit 26, die unseren Feuerstoß ersetzen, der hier aktuell noch drin ist. Dann das Durchschlagen mit 42 und den Scharfschützenhagel, eine Art Buff für uns. Wir übernehmen das und haben jetzt hier die Auswahl aus den 24 Mastery-Punkten bzw. Funktionspunkten, Utility-Points. Und da gibt es eigentlich nicht viele Möglichkeiten, die wir haben. Wir befinden uns in der Meisterschaftsskillung, das heißt wir benutzen sehr viel den Heckenschuss. Und da ist der Blitzschuss als Passive sehr nützlich. Wenn du in Deckung gehst, kann dein nächster Heckenschuss oder todbringender Schuss sofort eingesetzt werden. Das heißt wir skillen das mal, machen Schluss. Hier unten haben wir den Heckenschuss, wir haben den Operationsdamm, ich setze mich hin und der ist direkt da. Normalerweise müsste das 1,4 Sekunden lang gecastet werden. Dann haben wir hier die Ballistikdämpfer. Wir bekommen drei Ladungen Ballistikdämpfer. Jede Ladung absolviert 30% des erlittenen Schadens seines Angriffs. Dieser Effekt kann nur einmal alle 1,5 Sekunden auftreten. Ballistikdämpfer kann nur einmal alle 6 Sekunden erhalten werden. Wie gesagt, das ist sehr nützlich als Passive, weil als Scharfschütze halten wir nicht sehr viel aus. Wir haben kaum Rüstung, wir platzen einfach aus dem Leben raus, wenn wir viele Schaden reinkriegen. Deswegen nehmen wir das mit. Und als drittes hier oben bei fachkundig nehmen wir noch den Impulsschirm. Das hat sich als sehr nützlich erwiesen. Die Aktivierung von Impulsdeckung erhöht 6 Sekunden lang deine Chance, Macht- und Tech-Angriffen zu widerstehen um 20%. Man könnte zum Beispiel auch die Vitalregulatoren nehmen. Allerdings ist die Impulsdeckung dadurch, dass es ja praktisch eine Schilderweiterung ist, wesentlich effektiver. Man könnte auch Deckungsschirme nehmen. Beim Verlassen der Deckung wird die Fernkampfverteidigung erhöht. Allerdings, das ist auch immer nur, wenn man die Deckung verlässt. Die Impulsdeckung kann man aber auch in der Deckung aktivieren. Alternativ zum Blitzschuss. Wenn wir jetzt einen Bosskampf haben, der sehr viele Adfellen umfasst, dann kann man zum Beispiel auch einfach die imperiale Effizienz dafür nehmen. Statt dem Blitzschuss setzen wir nochmal zurück. So rum sieht das dann aus. Dann haben wir 25% mehr Schaden auf dem Feuerschutz, was ja einer unserer beiden großen AOEs ist. Das heißt, sollten wir wirklich viele Edwellen zu bekämpfen haben, kann man das wunderbar mit dem Orbitalschlag kombinieren und kann diese so sehr schnell liegen. Hat man das nicht, hat man Single-Boss-Fights, Kämpfe, dann nimmt man einfach einen Blitzschuss. Das ist dann doch die effektivere Variante. In der meisterlichen Abteilung haben wir eigentlich nur zwei oder sagen wir drei Möglichkeiten. Zum einen die aufgewerteten Schilde. Schildsonder absorbiert 30% mehr Schaden. Das ist, wie ich schon gesagt habe, wir platzen sehr schnell weg. Wenn wir Schaden bekommen, ist das sehr hilfreich. Nehmen wir also direkt mit. Und einmal den Unterstand scharf schützen. Wir bekommen eine Abklingszeitreduktion für das Verschanzen von 15 Sekunden. Jetzt aktuell haben wir eine Minute, dann geht es runter auf 45 Sekunden. Nehmen wir also auch mit. Die zweite Hälfte dieser Passiven, dass die Impulsdeckung ziele 5 Meter weiter zurückstößt, ist, naja gut, kann man vernachlässigen. Der erste Hälfte ist wesentlich wichtiger. Denn mit Verschanzen, wir kennen es, wir verschanzen uns und sind immun gegen alle Kontrolleffekte. Damit ist Verschanzen noch stärker als zum Beispiel Stellung halten. Das Ganze bleibt 23 Sekunden und ausschließlich in Deckung. Wenn wir die Abklingszeit jetzt auf 45 Sekunden reduzieren, können wir zum Beispiel im Tempel beim dritten Boss, beim Unterschleicher, sitzen bleiben. Auch während seines Wutsturms. Das heißt, wir müssen uns nicht hinter einem Stein verstecken, sondern wir können sitzen bleiben und währenddessen beeilter Schaden machen auf dem Boss. Das Problem ist, wir würden ja Schaden bekommen, deswegen nehmen wir den Belagerungsbunker mit. Reduziert jeglichen erlittenen Wirkungsbereich Schaden um 60 Prozent, solange Verschanzen aktiv ist. Wenn wir das also dabei haben, plus Verschanzen und die Schildsonne drauf, können wir im Wutsturm sitzen bleiben und bekommen fast gar keinen Schaden. Das heißt, wir können somit weiterhin Schaden machen, Schaden ausgleichen, der eventuell fehlt und sind dadurch natürlich für die Gruppe sehr nützlich. Weil alle anderen können nicht stehen bleiben, die würden massiv Schaden reinbekommen bzw. irgendwann dann auch weggekickt werden. Als letztes bei Heldenhaft gibt es auch nur noch eine Möglichkeit und das ist der Schildeinsatz. Reduziert den Entdeckung erlittenen Schaden um 5 Prozent und verringert die Abklingszeit von Ballistikschild um 30 Sekunden. Ballistikschild, ihr kennt es, das ist dieses große grüne Ding, man sieht es hier ein bisschen im Hintergrund, was 10 Meter um uns herum aufgespannt wird. Und für alle Leute, die drinstehen, 20 Prozent Schadensreduktion bietet. 20 Sekunden lang das Ganze und das ist wie gesagt einer der stärksten Gruppenschilde, den wir in diesem Spiel haben. Und dafür ist er auch natürlich sehr wertvoll und eine Abklingszeitreduktion dafür ist wunderbar eigentlich. Ich habe gesagt, beim Meisterlich können wir hier noch das zum Beispiel nehmen, Deckung suchen. Immer wenn wir aus der Deckung gehen und verschanzen wir vorher aktiv, bekommen wir einen Movement Speed Buff für 50 Prozent, 6 Sekunden lang. Ist vielleicht ganz sinnvoll für Bosskämpfe, bei denen wir viel laufen müssen, aber im Eigentlichen brauchen wir es nicht. Da sind doch die aufgewerteten Schilde hier etwas effektiver. Gut, das also zu den Funktionspunkten. Speichern wir uns so ab. Es gibt noch eine Möglichkeit und zwar hier oben, kann man zum Beispiel statt dem Blitzschuss nehmen. Wir erhalten vier Ladungen berechnete Verfolgung, wenn du aus der Deckung kommst, was die Energiekosten von Überladungsschuss um 100 Prozent reduziert. Jeder Einsatz von Überladungsschuss verbraucht eine Ladung und der Verbrauch der ersten Ladung löst eine 20-sekündige Ratenbegrenzung dieser Fähigkeit aus. Dieser Effekt hält 50 Sekunden lang, wird aber auch entfernt, wenn alle Ladungen verbraucht sind oder wir in Deckung gehen. Das heißt, das ist sehr, sehr nützlich für unseren Überladungsschuss hier unten. Der kostet ja eigentlich 15 Energie. Wenn wir uns jetzt bewegen müssen, weil der Bosskampf gerade jetzt so eine Übergangsphase hat, wo wir einfach durch die Gegend rennen, dann sind wir als Treffsicherheitsscharfschütze sehr anfällig dafür, mit dem Schaden sehr weit runterzufallen. Denn wir haben 1, 2 Kars und dann noch die Kanalisierung der durchdringenden Schüsse. Das heißt, wir müssen eigentlich viel stehen, viel sitzen. Wir können uns nicht sehr stark bewegen. Aber wenn wir das müssen, dann ist eben diese berechnete Verfolgung sehr hilfreich, weil wir dann mit dem Überladungsschuss, der auch immerhin 4000 oder im Crit dann auch 7000 Schaden macht, so können wir ein bisschen wenigstens am Schaden dranbleiben. Ja, okay, das dazu. Wir gucken uns noch die Skills jetzt an und auch die passiven Buffs, die wir bekommen. Das können wir eigentlich gleich machen. Wir bekommen zum einen die scharfen Schüsse. Heckenschuss gewährt scharfe Schüsse, wobei der kritische Trefferschance und der verursachte Schaden von Heckenschuss 20 Sekunden lang um 5% erhöht wird, bis zu dreimal stapelbar. Das gucken wir uns gleich an. Wir bekommen den Finesse des Präzisionsschützen. Heckenschuss gewährt Finesse des Präzisionsschützen, wodurch der Rüstungsdurchschlag und der verursachte Schaden deines nächsten Einsatzes von Durchschlagen um 10% erhöht wird, zweimal stapelbar. Rückschlusskontrolle ist auch eine sehr wichtige Passive, denn wenn wir zweimal hintereinander Heckenschuss einsetzen, ausschalten, Hinterhalt einmal oder die durchdringenden Schüsse komplett, dann bekommen wir eine Uplinkzeit zur Rücksetzung für Durchschlagen. Gucken wir uns auch gleich an, wie das funktioniert. Und hier oben haben wir noch das Einschießen. Heckenschuss stellt dein Visier ein und reduziert die Aktivierungszeit deines nächsten Hinterhalts um 0,25 Sekunden bis zu zweimal stapelbar. Das heißt, mit 2 kriegen wir dann 0,5 Sekunden Aktivierungszeitreduzierung. Gucken wir uns alles an. Viel war mit dem Heckenschuss. Wir sortieren uns das Ganze hier erstmal so hin, wie ich das gerne haben möchte. Das kommt da hin. Fähigkeiten, die wir in der Rotation haben. Da haben wir zum einen den Heckenschuss, 1,4 Sekunden Aktivierungszeit. Es sei denn, wir haben uns gerade hingesetzt, dann Instant. Wir haben einen Hinterhalt. Feuert einen mächtigen Schuss ab, der 11.400 bis 12.000 Schaden macht. Eigentlich 1,68, eigentlich 1,9 Sekunden Aktivierungszeit. Da sehen wir es. Wenn wir allerdings jetzt zweimal den Heckenschuss nehmen, bekommen wir auch ein Highlight drauf und haben nur noch 1,44 Sekunden. Geht also doppelt so schnell. Geht also dann eine halbe Sekunde schneller. So, nicht doppelt. Wir sehen auch gerade noch den Buff. Hier haben wir scharfe Schüsse, kritische Trefferchance und Schaden von Heckenschuss erhöht. Das heißt, wenn wir jetzt noch eine machen, kriegen wir unseren dritten Stack drauf. Wenn wir noch einen machen, wird das einfach nur erneuert. Hier sehen wir wieder unser Einschießen. Und hier haben wir die Finesse des Präzisionsschützen, dass der Durchschlagen Schaden erhöht wird. Durchschlagen haben wir gerade. Ich habe eben auch hier in den Utilities das schon gezeigt. Die Rückstoßkontrolle, dass wir diesen Schuss im Endeffekt nach jeder Fähigkeit beinahe einsetzen können. Und das ist im Prinzip auch der Grundgedanke vom Treffsicherheitsscharfschützen, dass wir nach jeder Fähigkeit das Durchschlagen einsetzen. Wir haben die durchdringenden Schüsse, einer Kanalisierung über zwei Sekunden knapp. Und das ist eine Reihe von Schüssen, die ersetzt den Feuerstoß, kennen wir. Und zusätzlich setzt es noch einen Debuff auf den Gegner, den sogenannten Gespalten-Debuff. Und dieser reduziert 20% Rüstungswert. Dann haben wir unser Ausschalten. Das ist unsere Execute-Fähigkeit sozusagen. Die können wir erst einsetzen, wenn unser Gegner unter 30% Gesundheit hat. Und dieses Ausschalten progt ebenfalls den Buff fürs Durchschlagen. Und dann haben wir als letztes noch den Säurepfeil. Der Säurepfeil macht zum einen Dot-Schaden über die Zeit, die er auf dem Gegner ist. Zum anderen setzt er auch einen Debuff drauf, nämlich eine Markierung. Und die erhöht den Schaden von Fernkampfangriffen. Das heißt, da wir Fernkämpfer sind, natürlich auch sehr Vorteiler von uns. Für uns sollten wir also immer auf dem Boss aufrechterhalten. Wir haben noch ein paar andere Fähigkeiten, die seht ihr hier unten und an der Seite. Die werden wir jetzt noch ganz kurz durchgehen. Was man so dabei haben sollte, wofür wir das benutzen und wie das funktioniert. Granate brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Habe ich mit drin, weil man das in manchen anderen Skillungen braucht. Unsere Ablenkung ist unser Interrupt-Skill. Wir unterbrechen also den Gegner. Hat 18 Sekunden Cooldown, einen der längsten also im Spiel. Wir sind also nicht dafür geeignet, irgendwas ständig zu unterbrechen, sondern müssen uns oftmals mit jemandem abwechseln. Und, ich habe schon gesagt, der Feuerschutz, einer unserer beiden AOE-Fähigkeiten. Auf 8 Ziele maximal macht er dann auch ganz guten Schaden. Gerade über die Kanalisierungszeit von fast 5 Sekunden kommen da doch ganz gute Schadenswerte durch. Unser zweiter AOE ist der Orbitalschlag. Den kennen wir alle. Wir aktivieren ihn kurz. 1,9 Sekunden Aktivierungszeit. Und dann schlagen da drei Orbitalschüsse ein. Machen durchschnittlichen Schaden. Je mehr Gegner wir treffen, desto mehr macht es natürlich schwache. Und normale Gegner werden außerdem niedergeschlagen. Und wir können es nur, genauso wie auch die in Feuerschutz, in Deckung einsetzen. Dann machen wir hier unten weiter. Wir haben unsere gedeckte Flucht. Rolle 18 Meter weiter nach vorne. Säubere dich von allen bewegungseinschreckenden Effekten. Und lande geduckt in Deckung. Beim Rollen ist deine Chance, Angriffen auszuweichen, 100% erhöht. Das heißt, während wir rollen, haben wir diesen Rollen-Buff, der uns eine absolute Immunität gibt. Das heißt, gegen alle möglichen Angriffe. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Brontis im HC sind, also in Schreckensfestung beim Endboss, kommen ja diese Kugeln im HC. Wenn wir davon eine haben, können wir durch die Kugel durchrollen. Und können somit den kompletten Schaden entgehen. Das ist sehr praktisch, weil diese Kugeln machen normalerweise ziemlich viel Schaden. Und man muss ihnen ein bisschen kiten, bis sie ausreichend Stacks haben. Das ist wesentlich einfacher, einfach durchzurollen. Wir haben unsere Adrenalinsonde. Wir rufen einen Druiden, der uns 50 Energie gibt, sind 2 Minuten Cooldown knapp. Sollte man auf jeden Fall bedacht einsetzen. Aber natürlich, wenn man gerade in einer Phase ist, wo man sehr viel Schaden macht, meinetwegen noch einen Orbitalschlag setzt und noch irgendwas dazwischen haut, dann verbraucht man auch mal sehr viel Energie und dann kann man die eben einsetzen. Wir haben unser Entkommen. 2 Minuten Cooldown. Wir säubern uns von allen unschädlich machenden und bewegungseinschränkenden Effekten. Sollte ebenfalls bedacht eingesetzt werden, dass man es nicht einsetzt, wenn man eben eine Sekunde gestunt ist, sondern vielleicht, wenn man 30 Sekunden gestunt sein würde. Dann kann man es einsetzen. Vorher würde es keinen Sinn machen bei einer Sekunde. Die ist so schnell rum, da bringt es nichts, dieses Entkommen zu verschwenden sozusagen. Gut, wir kommen zu unseren 3 Buffs. Zum einen haben wir die Zielerfassung. 1,5 Minuten Cooldown. 10 Sekunden lang ist die Präzision bei Fernkampf und Techangriffen erhöht um 30% und zusätzlich ein Rüstungsdurchschlag um 15% ist erhöht. Das heißt, es ist ein Buff für uns. Das heißt, die Fähigkeiten danach werden alle ein bisschen mehr Schaden machen. Ähnlich ist es bei der Lasermarkierung. Wir erhöhen die kritische Trefferchance von Hinterhalt, Sprengsonde und Ausdünnung um 100%. Das heißt, unser Hinterhalt wird an Kritten. Das heißt, da werden dann auch über 12.000 rauskommen. Je nachdem, wie viele Debuffs auf dem Gegner sind, wie zum Beispiel der Debuff durch den Säurepfeil und durch durchdringende Schüsse. Und natürlich vielleicht auch unser Rüstungsdurchschlag von Zielerfassung aktiv ist. Zuhörtlich die Lasermarkierungen sind da durchaus 20.000, 25.000 Schaden drin. Und wir haben als letzten Buff unseren Scharfschützenhake. Abklingzeit 45 Sekunden knapp. Und der beendet die Abklingzeit von durchdringenden Schüsse sofort. Erhöht die Grundenergie wiederherstellung um 2 pro Sekunde. Und erhöht die Schnelligkeit um 10%. 15 Sekunden lang, dann läuft er aus. Das heißt, dann sind noch 30 Sekunden Cooldown und dann können wir ihn erneut einsetzen. Das heißt, allgemeine Einsätze wäre dann, dass wir sagen, durchdringende Schüsse, durchschlagen. Scharfschützenhake, durchdringende Schüsse, durchschlagen. Dann machen wir mit der eigentlichen Rotation weiter. Zeigen wir aber gleich. Verschanzen. Wir verschanzen uns, das hatten wir eben schon. Sind immun gegen alle Kontrolleffekte. Dann haben wir die Sicherheitsmaßnahmen, mit denen wir unsere Bedrohung um einen mittleren Wert reduzieren. Das sind hier diese Flares, die kennt man ja. Und wir haben unsere Schildsonde. Die ruft einen kleinen Druiden herbei. Und der projiziert ein Schild um uns herum. Und der wird dann von einem mittleren Schaden, andersrum, wie sagt man, für 10 Sekunden lang einen mittleren Schaden werden absorbieren. So, da wir aufgewertete Schilder haben, sind es 30% mehr. Das heißt, dieses Schild ist schon sehr wertvoll. Das ist eine taktische Markierung, das brauchen wir nicht. Hier unten haben wir Ablenkung. Das ist diese Gasgranate. Ist natürlich nicht bei Operationsbossen einsetzbar. Allerdings, wenn wir bei manchen Bossen spawnen Ads, die hinter Deckung sind, also die wie der Scharfschütze hinter so einem Schild sitzen, und wenn man das auf die Ads schmeißt, dann werden die aus der Deckung geholt und haben keine Präzision mehr. Oder weniger Präzision auf jeden Fall. Und damit kann man die dann einfach erlegen. Mir kommt dann in den Sinn, der dritte Boss in Abschaum und Verkommenheit. Auf der Wanne ist das, spawnen oben die Scharfschützen. Die kann man eben rausnehmen mit der Ablenkung. Überlagenschuss, habe ich schon gesagt, kann man sich aufwerten. Wir haben unseren Buff, unsere Koordination. Blendgranate und entkräften zwei Stunts, ein Hard-CC und ein normaler CC, der gebrochen wird durch Schaden. Dieser ist vier Sekunden lang hart, das heißt, der kann nicht gebrochen werden, es sei denn, der Gegner befreit sich draus. Gerade für Ad-Gruppen, die irgendwas casten oder so, sollte man die auf jeden Fall immer dabei haben. Und wir haben unseren Ballistik-Schild. Oh, habe ich schon gesagt. Das ist dieser große grüne Schild, ich kann nochmal zeigen, wenn er gerade da ist. Genau. Entgehen. Ebenfalls eine sehr kräftige Fähigkeit, die wir bedacht einsetzen sollten. Na, bleib sofort drauf. Erhöht die Chancen, Nah- und Fernkampfangriffen ausweichen drei Sekunden lang um 200%. Das heißt, das ist echt extrem und wir kriegen wirklich keinen Schaden mehr. Tarnung wird nicht aufgehoben, das interessiert uns nicht. Das ist für den Saboteur. Aber wie gesagt, wird komplett ausgewichen. Auch bei Brontes wieder die Kugeln, wenn wir das vorher aktivieren und dann die Kugel reinlaufen, bekommen wir keinen Schaden. Ist also sehr nützlich dafür. Imperialvorbereitung. Das ist ein Buff, den wir jetzt mit 4-0, glaube ich, erst bekommen haben. Beendet sofort die Abklingzeiten von Entgehen. Sicherheitsmaßnahmen, Schildsonder, Impulsdeckung, Verschanzen und Gedeckte Flucht. Das heißt, wenn wir es mal kurz anmachen. Das, 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 das und das. Und jetzt die Imperial-Properation. Alles wieder offen. Das heißt, außer natürlich der Ballistik-Schild, das wäre ein bisschen zu kaputt. Das können Sie nicht machen. Aber damit können wir im Prinzip uns, haben wir noch, haben wir noch mal die Chance, uns noch länger am Leben zu halten. Das heißt, wir können noch mal 200%, mit 200% Wahrscheinlichkeit allem ausweichen. Wir haben noch mal die Möglichkeit, sitzen zu bleiben. Oder noch mal die Möglichkeit, wegzurollen. Sehr starkes, sehr starke Fähigkeit. Man sollte die auf jeden Fall bedacht einsetzen. Wir haben Impulsdeckung, an sich bekannt, der Skill. Da haben wir ihn schubst an sich, Gegner weg. Aber wir bekommen diesen Buff hier, dass wir Macht und Tech-Resistenz erhöhen, dadurch, dass wir das mitgeskillt haben. Nur in Deckung einsetzbar, ähnlich wie Orbitalschlag und Feuerschutz. Und wir haben Droiden-Hacken, falls man mal irgendwo ein Add hat, was ein Droid ist, kann man rausnehmen. Gut, bevor wir jetzt zur eigentlichen Rotation kommen, noch kurz zum Gear. Da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Zum einen, wir sind Scharfschütze, generell wir sind ein DD. Das heißt, wir brauchen Präzision, und zwar mindestens 109,95. Das heißt, ich habe jetzt hier aktuell noch 5 drauf, 24 zu viel. 0,24, da muss ich noch ein bisschen runtergehen, das ist irgendwie eine halbe Aufwertung oder sowas. Ansonsten, wir sehen es, wir haben einen Set-Bonus. Das ist der sogenannte Set-Bonus des Feldtechnikers. Der besagt, dass wir, wenn wir zwei Set-Teile gesammelt haben, bekommen wir den Zweier-Bonus unten im grünen Text, wo die 2 davor steht. Aktivieren von Sprengsonderhinterhalt und Todbringender Schuss oder Samtage-Ladung erhöht den verursachten Schaden 15 Sekunden lang um 2%. Der Effekt kann nur einmal alle 30 Sekunden auftreten. Das heißt, wir bekommen einen Schadens-Buff sozusagen um 2% für 15 Sekunden lang. Und das alle 30 Sekunden, zweimal die Minute, also im Gesamten. Dann haben wir, wenn wir vier Set-Teile haben, die Abklingzeit von Zielerfassung wird reduziert oder illegale Modifikationen auf Webseite um 15 Sekunden. Und beim Aktivieren werden bei der Fähigkeiten 15 Energie wiederhergestellt. Das heißt, wenn wir Zielerfassung aktivieren, bekommen wir zusätzlich 15 Energie wieder. Und natürlich, wir haben nur noch 1 Minute 40 Sekunden statt jemals 2 Minuten. Gut, dann haben wir, wenn wir 6 Set-Teile gesammelt haben, noch den 6er Bonus, die Lasermarkierung oder Schmugglerglück hat jetzt 2 Ladungen und die doppelte Dauer. Das heißt, wenn wir die Lasermarkierung aktivieren, haben wir jetzt 2 Ladungen. Das heißt, wir können zweimal mit dem Hinterhalt kritisch treffen und haben jetzt immer noch 1 Über. Zusätzlich haben wir hier den 2er Set-Bonus gerade bekommen, Schaden erhöht. Wir haben hier noch den Mündungseinschnitt offen. Das habe ich noch vergessen, das kann ich auch noch zeigen, was das getrafft. Da war der 2. Krit. Hier haben wir noch den Mündungseinschnitt, nämlich durchschlagen, verringert Energiekosten der nächsten beiden Heckenschüsse um 5. Das heißt, Heckenschuss kostet normalerweise 20 Energie. Wenn wir jetzt Hinterhalt einsetzen und durchschlagen, haben wir hier nur noch 15 Energie. Hilft uns also auch, wir haben 2 Stacks davon, das heißt, beide werden reduziert. Wir machen Durchschlagen an und wieder ist die Energiereduktion da. Gut, wir waren beim Gier stehen geblieben. Es gibt ein paar Idealwerte, das ist hier eigentlich 2,20, 2,24 das meiste. Kritische Kristalle drin, Relikte sind Fokusvergeltung und vorteilhafter Sturm. Der ist sogar aufgewertet, der hier noch nicht. Und ja, es gibt Idealwerte für Angriffskraft, kritischer Trefferwert, Schnelligkeit und Präzision. Und die zeige ich euch einmal ganz kurz. Einmal im SW-Torforum finden wir bei Sniper Marksman, finden wir diese Werte. Möglich sind also 6.200 DPS, wobei das auch nicht mehr das aktuellste ist. Mit 6.300 Ausdauer, 5.900 Mastery, da ist ein Stim mit drin. Wir haben knapp 3.000 Angriffskraft, 1.200 kritischer Trefferwert. Da steht dann 6x Verbesserung, 1x Aufwertung und 2x Kristall. Da haben wir 920 Schnelligkeit mit 2 Verbesserungen und 8 Aufwertungen. Und wir haben 701 Präzision, brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir müssen etwa 680 etwa haben für 2 Verbesserungen und 5 Aufwertungen. Und wir können bei DULFI gucken, da steht das ähnlich drin. Da sind sogar die neuen Werte drin. Wir brauchen 679 Präzision. Das sind 7 Aufwertungen und eine Verbesserung, damit wir auf 109,95 kommen. Electricity, hier Schnelligkeit 869, 1200 krit. Ja, wir waren stehen geblieben hier bei den 1200 krit. Da hat auch tatsächlich die Post gerade an meiner Tür geklingelt. Die kommen auch immer im ungünstigsten Fall. Ja, wie gesagt, 1200 krit, das sind 2 Aufwertungen und 2 Kristalle. Und dann haben wir knapp 3.000 Angriffskraft und 5.300 Beherrschung. Wie gesagt, die beiden Links packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Noch zwei Sachen, die ich noch zeigen möchte. Zum einen unsere beiden Debuffs, die wir haben, die wir auf den Gegner draufsetzen können. Und was die für einen Effekt haben. Wir gucken uns mal an, unser Hinterhalt, wenn der mal nicht kritisch trifft. Was er jetzt natürlich gerade tut. 139, merken wir uns einfach mal. Wir gucken uns jetzt gleich nochmal an. Ich hoffe, der trifft dann mal nicht kritisch. Dass wir mal sehen, was ein Non-Krit für eine Höhe hat. Dann hoffen wir mal drauf. Natürlich nicht. Non-Krit wären in etwa so 7.500 bis 8.000. Plus unseren kritischen Multiplikator von 70%. Das heißt, 7.000 plus 70% von 7.000 oben drauf. Sind wir etwa bei 13.000, wie wir gesehen haben. Schon wieder. Was passiert jetzt, wenn wir zum Beispiel durch die durchdringenden Schüsse hier das Gespalten aufbringen. Und durch den Dot, durch den Säurepfeil noch unsere Markierung. Dazu können wir noch die Lasermarkierung aktivieren und die Zielerfassung. Und wenn wir dann unseren Hinterhalt aktivieren, sind wir bei 18 statt 13. Das sind 5.000 mehr. Das heißt, wir bekommen ja hier durch die Lasermarkierung 100% zu unserem Krit-Wert hinzu für den Hinterhalt. Das heißt, wir sind hier bei 141. Alles über 100% macht keinen Sinn, weil 100% heißt, jeder einzelne Schuss ist ein Krit. Das heißt, wenn wir drüber haben, ist es theoretisch verschwendet. Deswegen funktioniert das in etwa so, dass man das, was über 100 hinausgeht, in diesem Fall dann halt die 41%, auf den kritischen Multiplikator aufrechnet. Das heißt, wenn wir hier die 100% hinzubekommen, bekommen wir hier unten eigentlich 40% kritischen Multiplikator hinzu, was uns dann auf 111 ungefähr bringt. Das heißt, unser Krit ist um 111% größer als die normale Attacke. Können wir mal gucken. Ich müsste eigentlich noch... Das war jetzt gerade normal. 9 Krit, 7.600. Wenn wir jetzt mit unserer Lasermarkierung rangehen, müsste der Krit, der normale Krit, den haben wir gesehen bei 13.000, eben entsprechend größer sein. Nicht 13.000, also 70% mehr, sondern eben 100% mehr. Und das Ganze sieht man auch, es sind nicht 13.000, es sind 15.000. Gut. Das zudem, kommen wir zur allgemeinen Rotation. Man kann den Bosskampf auf verschiedene Arten beginnen. Zum Beispiel sagt man, okay, ich lasse dem Tanken einen Augenblick Zeit mit dem Antanken. Fange mit dem Säurepfeil an, mache dann zweimal einen Heckenschuss. Das ist nicht ganz so viel Schaden. Und mache dann meinen Hinterhalt, natürlich vorher das Durchschlagen. Nach dem Hinterhalt durchschlagen. Dann die durchdringenden Schüsse. Durchschlagen. Wir setzen die durchdringenden Schüsse mit dem Scharfschützenhagel zurück, wenn es geht. Nochmal durchdringende Schüsse. Und nochmal das Durchschlagen und fangen wieder oben an mit Heckenschuss. Noch ein Heckenschuss. Wir bekommen den Brock auf Durchschlagen und machen dann weiter mit Hinterhalt. Durchschlagen. Durchdringende Schüsse. Durchschlagen. Also Heckenschuss. Heckenschuss. Durchschlagen. Hinterhalt. Durchschlagen. Durchdringende Schüsse. Durchschlagen. Das ist im Prinzip die Grundrotation, mit der wir arbeiten. Da haben wir noch den Overlay, der war eben ausgegangen hier. Hier sehen wir uns mal, wir haben, jetzt hat er sie gerade entfernt. Ich mache mal eine Rotation. Wir haben zwei Heckenschüsse, tauchen oben auf. Dann kommt das Durchschlagen. Dann kommt der Hinterhalt. Durchschlagen. Dann kommen durchdringende Schüsse. Durchschlagen. Das ist im Prinzip die Grundrotation, die wir haben. Und die füllen wir jetzt auf. Zum einen mit unseren Buffs, mit denen wir die Cooldown Resets bekommen. Und mit dem Säurepfeil. Denn, ich fahre jetzt einfach mal ganz normal die Standardrotation. Ohne irgendwelche Buffs. So voll. Die Zielerfassung, die Zielmarkierung können wir benutzen. Aber wenn ich jetzt wieder oben mit Heckenschuss anfange, werden wir merken, der Cooldown von Hinterhalt ist noch nicht abgelaufen. Ich kann jetzt nicht Hinterhalt einsetzen. Das heißt, an dieser Stelle setze ich meinen Säurepfeil ein. Dann ist der Cooldown offen. Und ich kann meinen Hinterhalt casten. Das war eine Feder von meinem Mikrofonhalter. Auch sehr schön. Wenn man dagegen kommt. Wir machen jetzt zweimal Hinterhalt. Jetzt haben wir wieder den Cooldown. Das heißt, wir können den Säurepfeil erneuern. Der ist auch fast ausgelaufen. Und wir fangen mit dem Hinterhalt an. So. Sollten wir allerdings jetzt an der Rotation unten die durchdringenden Schüsse zweimal ansetzen, weil wir gerade den Scharfschutz in Hage frei haben, dann haben wir das Problem natürlich nicht. Dennoch sollte man gucken, dass man den Säurepfeil nicht allzu lange vom Ziel runterlässt, um eben den Debuff aufrechtzuhalten. Ich habe jetzt mal die Zielerfassung nicht benutzt. Im Endeffekt, wir können ja mal ein bisschen Heat Ramping machen, beziehungsweise Energy Ramping in diesem Falle hier. Also einfach nur die Energie rausschmeißen. Dann sehen wir es auch. Ich setze jetzt einfach mal nur einen Säurepfeil ein. Das ist natürlich sinnlos, aber ich will ein bisschen energielos werden. Und wenn ich das jetzt aktiviere, kriege ich Energie dazu. Genauso wie mit der Adrenalinsonde. Allerdings einen kleineren Wert, 15 Energie hat genommen. Ja, das ist in sich die Rotation. Wie kann man noch anfangen? Man kann auch anfangen, indem man sagt, okay, Orvitalschlag drauf. Lasermarkierung. Wenn man Burst anfangen hat jetzt, wenn man viel bringen will, dann kommt da halt massiv Burstschaden bei rum. Ich zeige jetzt gleich nochmal einen kurzen Log, den ich vorhin gemacht habe. Da hätten wir ihn, wie wir sehen es hier, 30.000 Schaden als Initialschaden sozusagen. Das ist Orvitalschlag plus der Hinterhalt mit Buff. Das heißt, da kommt massiver Schaden durch direkt mit dem Durchschlagen hinterher. Da sind dann locker 30.000 drin. Und dann sieht man halt immer wieder die Spitzen, die hier so drin sind. Das ist immer der Hinterhalt, wenn der mal kritisch trifft. Und die etwas kleineren hier, das sind dann so kritische Treffer von zum Beispiel der Kombination Heckenschuss-Durchschlagen. Ja, also wenn der Heckenschuss jetzt zum Beispiel schon mit 6 kommt und das Durchschlagen dann auch nochmal mit 10, dann kommen solche Spitzen zustande. Mal gucken. Da haben wir ihn. Und im Allgemeinen sieht beim Treffsicherheitsscharfschützen die Kurve halt so aus, dass man einen sehr hohen Initialschaden hat und dann so absinkt. Und man würde sagen, okay, der DPS ist sehr niedrig hier, weil halt die Schadensspitzen so hoch sind. Aber im Endeffekt sind es doch 5.300 hier. Das sieht man etwa auch hier oben. Noch eine zweite Sache, auf die ihr achten solltet, gerade als Scharfschütze. Die gelbe Zahl hier, also TPS, Threat per Second, Bedrohung pro Sekunde, also die Agro, die hier mit dem Schaden erzeugt, geht ja 1 zu 1 über, sollte niemals so groß sein wie die Schadenzahl. Das heißt, logisch, bei einer Puppe kann ich kein Agro Reduce ziehen. Das bringt einfach nichts. Aber normalerweise im Bosskampf solltet ihr ein Agro Reduce benutzen, denn ich hatte das ganz am Anfang schon mal gesagt, wir sind einfach nur aus Papier sozusagen. Wenn wir getroffen werden, dann tut es richtig weh. Wenn wir jetzt nicht gerade einen Deathcouldern offen haben, wir entgehen oder sowas und es schnell genug einsetzen können. Ja, das war es im Endeffekt zum Scharfschützen in der Meisterschafts-Skillung. Oder in der Treffsicherheits-Skillung. Meisterschafts-Skillung. In der Treffsicherheits-Skillung. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören. Beziehungsweise ich werde jetzt gleich euch nochmal das Ganze vom Revolverhelden zeigen. Und ja, dann hoffe ich, dass bis hierhin erstmal alles klar war. Und wir sehen uns dann gleich drüben auf dem Repo. Bis dann. Hier habe ich nochmal eine Tabelle mit allen Operationen von Ewige Kammer, Karas Palast, Explosiver Konflikt, Assertion. Da waren es die beiden Schreckens-OPs, Wüter und Tempel. Und die jeweilige Skillung, die ich hauptsächlich bei den Bossen spiele, beziehungsweise die empfohlen wird zu spielen. Man kann natürlich auch was anderes spielen. Man kann generell eigentlich alles überall spielen. Es gibt nur Bosskämpfe, wo bestimmte Sachen vorteilhafter sind als andere. Ewige Kammer und Karas Palast generell kann man eigentlich alles spielen. Explosive Konflikt wird, ENG steht für Engineering, also für den Ingenieur. Marksman ist der Treffsicherheitsscharfschütze. Das heißt, da zweimal Ingenieur oder Marksman und dann beide Marksman. So ist die Tabelle im Endeffekt zu lesen. Wir haben hier ersten Boss, zweiten Boss, dritten Boss und so weiter. In A und V haben wir viermal Ingenieur und dreimal Marksman. Normalerweise Schreckensfestung, was ja aktuell gerade im Highlight der HC drin ist, haben wir viermal Ingenieur und einmal den Marksman am Ende bei Brontis. Also das jetzt einfach nur nochmal zur Information für alle, die sich interessieren, was man wo spielen kann. Allerdings Marksman kann man eigentlich immer und überall spielen. Es gibt halt einfach Bosse, wo andere Skillungen eventuell ein bisschen von Vorteil sind, weil sie nicht auf diese Statik beruhen müssen, die ja der Marksman-Sniper nun mal so an sich hat, weil er eben zwei Ks und die Kanalisierungsfähigkeit hat. Gut, jetzt geht es aber weiter zum Revo. Bis gleich. Ich bin jetzt auf meiner Revolver-Heldin. Interessanterweise haben wir gerade 77.777 HP. Sehr lustig. Wir haben hier dieselben Fähigkeiten Ladungssalve, gezielter Schuss, Trickschuss, durchdringende Geschosse und Schnellziehen sowie der Vitalschuss. Hier unten haben wir Ladungshagel, Schmugglerglück und illegale Modifikation. Selbe Rotation wie eben. Ich zeige kurz. Wir fangen beim Frachterflug an. Schmugglerglück und der gezielte Schuss. Natürlich der Trickschuss hinterher, die durchdringenden Geschosse, die setzen wir direkt nochmal zurück. Wieder den Trickschuss dazwischen packen. Zweimal die Ladungssalve und dann natürlich wieder den Trickschuss hinterher. Gezählter Schuss, Trickschuss, durchdringende Geschosse, Trickschuss. Es ist dasselbe wie drüben. So sieht das Ganze hier aus. Solltet ihr feststellen, dass ihr beim Revo wesentlich mehr Verfehlungen dabei habt. Muss ich mal gucken. Jetzt machen wir mal ein paar an. Current Combat. Hier haben wir es. Wenn wir uns nämlich hier bei Damage das Ganze bei Ability angucken, dann werden wir sehen, wir haben hier hinten immer eine Prozentzahl an verfehlten Schüssen. 12, 17, 11. Im Durchschnitt etwa 15%. Das liegt daran, dass wir ja eine Main und eine Offhand haben, mit der wir schießen. Und wenn man sich das mal anguckt. Jetzt muss ich gerade gucken, wo das steht. Präzision. Da haben wir einmal die Primärwaffe. Und die Sekundärwaffe. Das heißt, wir haben eine Grundpräzision und die Sekundärwaffe. Und wenn wir gucken, die Sekundärwaffe hat 12% weniger Präzision. Das heißt, alles was wir mit der Sekundärwaffe haben, hat eine 12% Chance zu verfehlen. Die Sache ist, man würde jetzt sagen, okay, der Scharfschützer hat nur die Mainhand, hat also nicht das Problem mit der Sekundärwaffe. Dann müsste der Revo doch eigentlich viel schwächer sein. Jein. Die Schadenszahlen vom Revo sind ein bisschen höher damit. Dadurch haben wir aber 15% Miss und kommen im Endeffekt auf etwa dasselbe. Und somit ist das nicht der Fall, dass der Scharfschützer stärker ist. Das ist zum Beispiel beim Kommando und beim Söldner ist es genau derselbe Fall. Der Söldner hat eben auch etwa 12-15% Miss, je nachdem wie viel Präzision er hat. Und der Kommando hat das Problem nicht, aber sie fahren trotzdem in etwa denselben DPS. Das heißt, da sollte man sich definitiv nicht wundern, dass man hier immer wieder Verfehlen zu stehen hat oder irgendwas anderes. Das soll so. Das hängt einfach mit der Sekundärwaffe zusammen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und Zuschauen und hoffe natürlich, dass alles verständlich war bei Fragen und ähnlichen Sachen einfach in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video oder hören uns zumindest. Bis dahin viel Spaß beim Spielen. Mein Name ist Theodor Lohr und ich bin raus. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017